Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Wer von euch gehört auch noch zu den Auserwählten, die damals Hexen am Dorfplatz verbrannt haben? Nur echte 1960er Kinder wissen, was ich meine. Ich hab Bondage ausprobiert, das war der beste Abend meines Lebens, ich fesselte meine Frau ans Bett und ging in Ruhe mit meinen Kumpels saufen. Ich achte immer sehr auf meine Linie, Manfred, 54, Busfahrer. Voll krass, ich kann sogar auf der Autobahn bei 200 kmh, witzisch. Schlagzeile zu Silvester, IS lacht über deutsche Kurzstreckenraketen. Wer braucht schon Parship, wenn es den Kölner Hauptbahnhof gibt? Ich bin total verspannt und mein Nacken schmerzt. Ist der steif? Ja, das auch, aber mein Nacken macht mir mehr Sorgen. Wer bist du? Wo bin ich? Warum brummt mir so der Schädel? Luke, ich bin dein Kater. Krankheit ist der Weg deines Körpers, dir zu sagen, dass du 5 Staffeln Öde an der Serie gucken sollst. War gerade in der Küche und wollte einen frisch gepressten Orangensaft trinken. Hab aus Versehen ein Bier geöffnet. Ich tollpatsch. Freundin zum Freund, vergiss nicht den Toilettendeckel runter zu machen. Freund? Okay. Freund zum Toilettendeckel? Niemand mag dich. Ein Clown ohne Eltern ist komischerweise ein komischerweise. Smombi ist Jugendwort des Jahres 2015, das setzt sich aus Smartphone und Zombie zusammen. Die Kombi aus Fernseher und Lotze lehnt die Jury ab. Ihre DSL Störung wird am Montag behoben, schönes Wochenende. Hören sie sich eigentlich selbst zu? Meine Motivation ist im Keller. Josef Fritzl, 80, Vergewaltiger. Zwei Chinesen beim Selfie. Lösch das, ich sehe scheiße aus. Das bin ich, du Idiot. Clown stürmt die Bank. Geld her. Ist das ihr ernst? Sehe ich so aus, als würde ich Witze machen? Du bist ja gar nicht so dumm, wie ich überall rum erzähle. Es gibt da so eine Sexstellung, die ich unbedingt mal versuchen will. Sie heißt mit einer anderen Person. Schatz, wir müssen warten, bis das Baby weint. Warum denn das? Ich weiß nicht mehr, wo ich's hingelegt habe. Kann man wieder Witze über Germanwings machen, oder sind die noch nicht über den Berg? Gehen zwei Pfarrer an einem Spielplatz vorbei. Siehst du die geile 10-Jährige da? Du hättest sie mal vor 6 Jahren sehen sollen. Bei Gefallen, Daumen hoch und Video teilen. Links kommt ihr nun zu meinem Kanal-Trailer und darunter könnt ihr direkt abonnieren, um nichts dazu verpassen. Lustige Witze gibt es nicht nur jeden Freitag auf YouTube, sondern jetzt täglich auf meiner Facebook-Seite Masterjam. Bis nächste Woche.